Hallo und Willkommen hier zurück bei diesem, bei dem, bei dem, bei dem, Das Spiel ist so grausam, dass es mir die Sprache verschlägt. Ich will nicht mehr, die Maus, die Maus funktioniert schon wieder nicht! Warte, 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 ja! Gut, das letzte Level auf diesem Planeten. Danach, wie ich schon angekündigt habe, oh Gott, Wortfindungsschwierigkeiten. Mache ich noch einen und dann kommt es halt darauf an, ob es euch gefällt, ob es, also mir gefällt es jedenfalls nicht, aber wahrscheinlich einigen von euch da draußen. Und wenn ihr wollt, mache ich natürlich weitere, ich hoffe natürlich nicht, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, weil ihr kleine sadistische Schweine seid. Ja. Ach, diese Kackroboter. Ähm, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das, den kann ich bewegen. Kann ich damit darüber? Da war nämlich noch, hier ist Jo. Kann ich da durch, hi jo, hallo Stein! Weah! Was ist hier oben? Oh, da, 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 da ist was. Weah, 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 zu, zu. Zu flott? Ja, geil So Da oben ist irgendwas Komm, 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 komm Perfekt Das hast du nicht erwartet, du kleines Ekelpaket Uh Uh, uh, uh Nein, ich will wieder fliegen Geh weg Da ist das Erstmal alle Feinde Nein, 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 oh Gott Erstmal alle Feinde beseitigen Bevor wir dann In die nächsten Hemisphären fliegen Hier ist nichts mehr Oh, oh, oh Hier ist ja so eine richtige Kuppel Okay, wir laden uns nochmal auf Und jetzt gehen wir weiter Sammeln das Geld hier ein Und dann, ähm Oh, nein, 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 nein Oh Gott Wie ich diese kleinen Viecher hasse Okay, da ist der Laser Das Laser Dingens Fette Vieh Was mir ganz doll Aua macht Ah Ah, wenn ich das Ding da zerstöre Ist der Radius nicht mehr so groß anscheinend Oder Doch, ist er Hä, wie soll ich das Aua Oh Okay Wie, 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 wie Ich muss einfach drüber fliegen Oh, Checkpoint Aber, warte Hier ist schon das Habe ich irgendwo Gold vergessen? Hier unten ist was In der Höhle Ich weiß nicht, wo ich mich hier befinde Ein Riesendildo, der aus der Erde kommt Wir räumen hier erstmal die Steinchen aus dem Weg Weg mit dir Weg mit dir Weg mit dir Aua Nein, nein, nein Haha Gut Nein, wieso fliegst du? Kann man dich nicht irgendwie kaputt machen? Aua Nee Ich werde gleich wieder sterben Ich sehe es schon Ich Nein 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 Was habe ich gesagt? Ich sehe es schon Komm Oh Mann Ich verzweifle hier wirklich langsam Okay, da unten war irgendein Irgendein Was mache ich hier gerade? Aua Nicht so nett Bitte, bitte kein Leser Bitte kein Leser Nein Das war so klar Das war so klar Aber irgendwo muss das, 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 das So ein Goldstück sein, oder? Oder bin ich jetzt auf dem richtigen Weg und habe das Goldstück verpasst? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Und zweifle... Aber ich habe kein Loch. Ich hatte, glaube ich, noch... Bei mir war das, glaube ich, auf der Hälfte. Hoch! Nicht hoch! Okay, es hat gereicht, es hat gereicht, es hat gereicht. Oh! Erschreck mich nicht so... Komm, komm, komm! Perfekt! Einer weniger. Perfekt, noch einer weniger. Nachladen. Ich habe echt Angst gerade, so ein bisschen. Da! Das Spiel mobbt mich. Ich hätte oben entlang gehen müssen. Da war es... In der Höhle gibt es zwei Wege und ich hätte oben entlang... Ich will jetzt gerade nichts sagen. Ich das... Nee. Nee. Wirklich nicht. Nein. Das... Ja, das war klar. Und da oben war ja auch noch einer, der es dann auf mich abgesehen hat. Und dann war es das. Sage ich doch. Ja. Ich habe die Lust etwas... Ja. Ja, ja, nein. Ritt, ritt. Fahr, 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 fahr. Fahr, 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 fahr. Fick dich, Spiel. Fick dich einfach. Ja. Es hat Kling gemacht. Was, was bist du? Auch irgendein Mobwerkzeug. Das Spiel hat echt keine Daseinsberechtigung. Oh, Fick dich doch bitte. Tut mir leid für diese willgären Ausdrucksweisen, aber das Spiel regt einen echt auf und ich kann dich nicht zur Seite schieben. Und wenn ich da runtergehe, was ich nicht kann. Willst du mich verarschen? Oh, ich könnte... Ich habe keine Lust mehr. Wir beenden am besten hier das Projekt und das war's. Und da sind wir wieder. Ich, nach meinem kleinen Wutausbruch, habe ich mich erst mal beruhigt. Dezent. Ganz dezent. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich nach diesem kleinen Ausbruch, als ich dann weitergespielt hatte, gemerkt habe, dass mein Mikrofon nicht an war. Ich bin aus Versehen irgendwie, als ich meine Kopfhörer auf die Tastatur geknallt habe oder als ich sie aufgenommen habe, ich weiß es nicht genau, auf die Stummtaste gekommen. Ich habe jetzt alles soweit wieder bis zu dem Punkt gespielt, wie wir waren. Ich bin aber ein Stückchen weiter. Wir waren das letzte Mal da unten irgendwo. Wie ihr seht, da oben in der Ecke habe ich auch diesen Goldklumpen, der hier drüben ist, schon geholt. Wie man einmal an meiner Stimme merkt, ich bin sehr erfreut über die ganze Sache. Und wir spielen jetzt ab hier quasi weiter nach draußen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die ganze Höhle schon durchmachen. Genau da, den haben wir schon. Da sind wir quasi von unten den Weg entlang, das Ding hier hochgeschoben und dann... Ja, den Rest könnt ihr euch vorstellen. Schnell, 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 schnell! Ich habe nur noch ein Leben, das man auch unschwer erkennen kann. Da ist ein Checkpoint. Jetzt habe ich wieder volles Leben. Ich weiß halt wirklich nicht, ob dort vorne... Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich das halt jetzt nochmal gemacht habe. Ob wir irgendwo, bevor der erste Checkpoint kam oder sonst was, das Ding übersehen haben, den Goldklumpen. Aber ich habe wirklich überhaupt keinen gesehen. So. Ich gehe jetzt hier nochmal entlang. Diesen Weg, weil den bin ich noch nicht bestritten. Reiß dich zusammen! So, ähm... Ob hier irgendwas ist... Verdammt! Ich werde gleich sterben. Gollklumpen, wir sind hier typisch... Da! Hör auf, auf mich zu schießen und du hörst auch auf, mich zu penetrieren. Und wie komme ich da jetzt wieder hoch? Okay, das hat sich, ähm... Die Frage hat sich erübrigt. Gar nicht. Ähm, wir probieren es gleich nochmal. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt den, äh... Den... Das andere Ding gefunden. Yeah! Wir tanken hier schnell auf und flitzen da jetzt wieder hoch und sterben wieder, weil ich so dumm will zum Spielen. Immerhin erkenne ich's. Ja, ja, ja. Ich weiß, was ihr mir sagen wollt. Ich habe euch auch alle lieb. Wirklich? Ich könnte dezent austicken. Aber nur dezent. Ist ja auch noch eine Plattform, mit der ich schweben könnte. Ich habe keine Ahnung, was diese schwarzen Dinger... Das sind irgendwelche Bugs in der Matrix? Dass die... Dass die hier so Grafikfehler und... Aua! Nein, 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 nein! Du hast mir noch gefehlt! Komm schon, komm schon! Irgendwieder hoch! So, so, so. Ist okay, okay, okay? Dann schaffen wir das. Nein, 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 ich bin noch nicht voll. Ich bin noch nicht voll. Ich bin grad... Ich will das Level einfach schaffen. Ich will das... Das ist... Das ist Verzweiflung pur. Ho, 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 ho. Gut. Äh. Jetzt haben wir den. Und jetzt fehlt uns nur noch... Aua! Aber wir sind am richtigen Checkpoint, glaube ich jetzt, hoffentlich. Ja, und da oben ist auch das letzte Ding. Das holen wir noch und dann verbrenne ich dieses Spiel. Ich will dieses Spiel nie wieder in meinem Leben sehen. Das Spiel wurde von Satan erfunden. Ich hoffe, das reicht. Vorhin hat es jedenfalls geklappt. Ich brauche noch mal ein bisschen Flug. Ton funktioniert auch. Ich hätte geweint, wenn der Ton jetzt nicht funktioniert hätte. Wenn ich da irgendwas jetzt noch mal versäumt hätte. Jetzt muss es klappen. Bitte. Bitte. Ey. Ich hab's. Nein, 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 ihr dreckigen Kleinen. Ich hasse euch. Wieso gehen die nicht kaputt? Wieso geht das Ding nicht kaputt? Aber. Ich verstehe echt nicht, wie das Prinzip des, dieses, dieser Horrormaschine ist. Nein. Okay, okay, okay. Aua, nein. Was ist das? Bitte. Ich bin nicht da. Da, da oben, da oben. Oh, verdammt. Oh Gott, das war eine schwere Geburt. Oh, verdammt. Ich könnte weinen grad. Ey, ich wirklich will. Ich hab Tränen in den Augen, weil ich einfach nur glücklich bin, dass das vorbei ist. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich das zusammenschneide, dass es passt. Ihr freut euch wahrscheinlich über meine Verzweiflung und die Superlänge dieses Videos. Aber echt. Was war das? Ach, oh nee. Ich will nicht mehr. Was ist denn der nächste Planet? Bevor die Maus wieder anfängt, hier im Menü zu... So, da ist es der nächste Planet. Ich will nicht mehr. Gut, bevor ich anfange, hier wirklich noch zu weinen, aber dann vor Verzweiflung, da bedanke ich mich hier bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche jedem da draußen einen wunderschönen guten Morgen, einen wundervollen Mittag oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.